Okay, herzlich willkommen inzwischen zurück zu Halo. Wir dachten, komm, wir können unseren Brust nicht immer an uns selber auslassen. Wir lassen uns jetzt mal den anderen ausspielen. 4 gegen 4 online. Capture the Flag anscheinend. Wahrscheinlich gegen die übelsten Bros, Alter. Jetzt schon, jetzt schon. Also ich würde sagen, einer verteidigt, drei greifen, versuchen sich die Flagge zu holen. Und wenn unsere weg ist, dann muss halt. Und ich kenne die Map natürlich nicht. Wer von uns kennt irgendwelche Maps? Ja, die können gar nix direkt töten. Gleich mal Supershield snacken. Kenne nix. Wieso kann ich meine Waffe grad nicht wechseln und ich hänge? Arbeiten! Oh, ich habe harte Hits kassiert. Kann es sein, dass die unsere Flagge schon haben? Ne, ne, ich verteile grad die Flagge. Ich nehme mal deren Flagge. Ja. Wo muss ich die hinbringen? Zu unserer Flagge. Laufen, laufen, laufen. Ja, ich lauf doch schon. Ich kriege aber ziemlich viel in den Arsch grad geschossen, leider. Ich hätte ein bisschen Deckung gebraucht, leider. Warte. Ja, wir haben grad unsere verteidigt. Ja, nice, sehr gut. Aber die sind echt schlecht, nur ich bin schlechter. Okay, ich muss erstmal wach werden. Gehe mal mit zur Verteidigung kurz. Ja, okay, ich muss mehr mit Granaten arbeiten. Ja, das ist einer bei uns schon. Boah, Alter, wie schnell ich aber jedes Mal tot bin. Okay, unsere wird angegriffen. Shit. Die haben die Flagge von uns. Okay. Habe hin. Oben, über dir, über das Sniper. Alter, wie schnell ich tot bin. Ja, ja, der Sniper, der hat drauf gezielt. Der hat zurückgesetzt. Da ist wieder einer. Oh, die liegt jetzt scheiße. Der Flaggenträger, links. Ja, ey, ich bin sofort tot jedes Mal. Wo ist denn der? Ich habe noch keinen einzigen Kill, ne? Oh Gott. Weiße. Leicht, leicht. Hol die Flagge, Martin. Nimm die Flagge mit. Wer nimmt man die mit? Ne, ich habe ein Superschild. Soll ich es nicht? Ja, push 10. Ey, mein erster Kill. Oh Mann. Nein, da geht es runter. Da ist ein Loch. Das habe ich nicht gesehen. Wieso habe ich jetzt meine Waffe weggeworfen? Wie ist denn das passiert? Partikelschwert. Partikelschwert? So hart von denen auf den Arsch, ey. Wo ist das Partikelschwert? Aber jetzt, jetzt bin ich warm. Oh, meine Bitte. Ich habe leider nur eine Pistole, um dich zu schützen. Es tut mir leid. Irgendwie habe ich meine Waffe weggeworfen. Von hinten. Ich habe von hinten geschossen. Lauf. Und? Ich muss kurz meine Schildrene gehen. Ich mache jetzt alle Kills mit der Pistole, weil ich keine andere Waffe mehr habe. Die Pistole ist gut? Ich weiß. Ich bin auch gut mit der Pistole. Dann alle toll, Simon. Du kannst es abgeben. Ja, ja. Ja, ja. Da kommt einer. Ich habe nur langsam keine Muni mehr. Das ist das Problem. Ja, du musst zu toten Gegnern laufen. Der Vorteil ist ja, wenn du Gegner killst, dass er 10 Sekunden weg ist. Also in dem Sinne, so kriegen wir die weg. Ein bisschen was killen. Die Flagge holen. Ja, ja. Ich konzentriere mich jetzt, glaube ich, lieber aufs Killen. Weil das ist, glaube ich, das, was ich erst noch kann. Über dir sind zwei Stück. Von rechts kommen drei Stück. Ich will doch den Schild. Warum kriege ich den nicht? Zwei bei uns bei der Flagge. Einer hat sie schon. Das gibt es doch nicht. Die Flagge ist runtergefallen. Ja, die Flagge ist runter. Ja, das ist aber gut, glaube ich. Die kriegen sie nicht. Ah, gleich. Was, schon wieder? Ja, ja, hab gesagt. Da kommen ja drei Stück. Drei Stück von rechts. Okay, ich habe irgendwas umgestellt bei mir in der Einstellung. Das ist richtig scheiße. Mit einem Schuss? Ach, der hat eine gute Waffe. Ah, okay. Ich muss kurz was umstellen bei mir. Ich bin kurz raus. Recht. Der hat das Schwert, oder wie? Nee, das ist die Elektrowaffe. Hä? Wie? Ja, das ist dieses auf Q, was er da hatte. Der hat ihre Flagge geholt. Ab durch die Mitte, Madden. Parcours hast du ja grad geübt. Eins nicht, aber okay, Pascal. Shit. Wie schnell die aber auch immer ihre Flagge resetten bekommen. Das ist auch krass, ja. Wo ist denn unsere Flagge eigentlich? Ja, da ist doch keine Chance. Eine Million Gegner. War als ob er da einfach auf mich gecampt hat, ey. Ja, schaffts wieder. Die spielen ein bisschen mehr als Team. Wir sollten vielleicht mehr als Team spielen. Ja, dann warte mal, bis wir alle wieder da sind. Bevor wir jetzt alle wieder einzeln davor rennen. Und dann konzentrieren wir uns auf eine Seite. Das Problem ist, wo es denn... Ich kapier als gar nicht, wo ich respawne, wenn ich ehrlich bin. Die Flagge zackts dir immer. Bei mir, bei uns im... Ja, aber ich kapier es trotzdem irgendwie nicht. Der holt sich die Flagge. Nee, er kommt, er kommt gerannt. Der hat einen Nadler. Er steht bei uns in der Basis und wartet, dass wir da kommen. Ja, ich bin gleich. Ich hole ihn. Geh mal vor. Leider down. Nice. Das ist dead. Ey, schutt, schutt, schutt. Oh, jetzt hätte ich es fast geschafft. Hol's euch. Warum hab ich sie nicht? Was schlägt jetzt da wieder so schnell? Auf einmal bist du instant tot. Versteh ich nicht. Oh, ist jemand mehr an der Basis? Die holen die Flagge? Ja. Läuft, ähm, von unserer Stadt. Es kann halt nicht sein, dass wenn wir eine Flagge von denen holen, dass einer alleine von denen easy die verteidigen kann und wir es nicht... Oh Mann. Was ist denn unsere Flagge? Ach da, die ist da. Ja, der hat sie. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ja. Ja, das war's. Die haben's. Die haben halt viel besser zusammengespielt, muss man leider sagen. Gefühle waren die immer auf einmal bei einer in der Basis und der konnte dann durchrennen. Und... Ja, ja, aber die hatten immer... Der, der die Flagge geholt hat, die haben quasi immer einen guten Fluchtweg gehabt, weil die anderen ihn geschützt haben. Das heißt, wir haben einfach immer nur reagiert statt agiert sozusagen. Deswegen... Naja, egal. Für den ersten Versuch. Das Problem war halt, dass ich mir der Map erst gar nicht klarkam, auch wenn sie gespiegelt war, irgendwie. Aber ja, egal. Diese kleine Map, ich hab die auch noch nie auswählen können, weil das wär auch, ne, wenn wir gegeneinander spielen mit der Größe, wär ja eigentlich super. Ja. Ah. Ach doch, Flagge. Gut, aber Flagge. Okay. So, erstmal Übersicht, okay. Hier ist unsere Flagge schon mal. Die ist deutlich größer, oder? Natürlich, es gibt einen Sniper. Klar, Headshot direkt. Oh, das wird super. Okay, dann bilden wir einen Angriff, so ein Verteidigungsteam. Ja, ich versuch mal irgendwie zu verteidigen. Aber ich hab hier... Sniper-Schütze... Ja, ich hab einen Sniper gegenüber. Keine Chance. Ah, ich hab falsch gedrückt. Wenn ich jetzt wüsste, wo ein Sniper ist... Wo kommt der denn jetzt her? Ich hab bisher wieder noch gar keine Map-Orientierung. Nee, ich auch nicht. Auch nicht, leider. Kann dir auch gar nichts zu sagen. Ich werd schon wieder in den Rücken geschossen. Ach, Mann. Direkt unter unserer Flagge sitzt einer mit der Sniper und wartet. Der holt sich die Flagge, die holt sich die Flagge. Nice. Die haben alle irgendwie Sniper. Also den Gegner als Sniper hab ich mal ausgeschalten. Ja, ich hab auch einen. Ah, dann haben... Dann haben die sich unsere Sniper wirklich auch geholt, wenn die auf einmal zwei haben. Nee, die hab ich. Bei uns einer an der Flagge? Ja, holt sie sich. Ach... Gut. Gut. Zwei Schuss hab ich noch. Komme. Windeln. Kann man hier mal die Flagge zurücksetzen, bitte? Oh, Mann. Ja, als ob er die Granate... Die explodiert genau eben in der Fresse. Leute, die Flagge. Unsere. Ich bin tot. Was will ich denn machen? Ja, ich jetzt auch. Bunte, du bist da irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ich hab keine Ahnung von der Map nicht. Und ich blick die Map nicht. Ich dachte, ich kam da so hoch. Ray, Ray, hinter dir. Ich bin mit der Flagge da. Ja, okay. Aber ich blick die Map trotzdem nicht. Nee, ich auch nicht. Wir machen nämlich jetzt gleich einen Punkt, aber wir müssen auf jeden Fall auch einen Punkt machen. Nee, sie haben einen Punkt. Nee, noch nicht. Aber gleich haben sie einen. Nee, es geht nicht. Wenn beide Flaggen weg sind, dann macht man keinen Punkt. Ach so, okay. Geh mal in Deckung hier. Ja. Ey, ich... Oh, da ist einer getarnt. Lol. Ach, Mann. Die wissen aber auch, wo die... Einer ist getarnt. Aufpassen. Die wissen aber auch, wo die ganzen Dinge liegen, oder? Mhm. Kann ich dann die Flagge ablegen, dass ich wieder kämpfen kann? B oder so. Oder schlagen? Nee. Aber wenn du die jetzt ablegst, dann können sie punkten. Ah. Die laufen nicht weit rum. Was passt da rechts von dir? Da ist einer getarnt mit dem Sniper. Super. Ach, Mann. Natürlich! Ich fies ihn sogar ab. Ist klar. Sind beide bei mir, gell? Du kannst mit der Flagge auch schlagen. Du kannst da hinten in Gang reinstehen, da bist du recht safe und dann kannst du schlagen mit der Flagge. Wir gehen nicht. Ja, der resettet jetzt mal einen Sinnpunkt. Die laufen halt da zu dritt rum. Zu dritt. Wir sind zu dritt. Alter. Ja, der eine steht da hinten im Gang drin. Ja, weil wir alle tot waren. Ich war ja der Einzige und ich hatte die Flagge in der Hand. Also ich weiß nicht. Ich hätt's jetzt im Multiplayer erstmal besser gefunden, wenn wir einen normalen Modus spielen. Ja, warte. Das ist der ganz normale Modus. Das kann ich nicht auswählen. Ich kann auch Ranglisten machen. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, hey, machen wir nicht. Ich hab hier ganz normalen, schnelles Spiel. Einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ausgewählt. Ich klicke halt die Map leider immer noch nicht so wirklich. Kannst deren Flacken klauen zwar, aber... Mal den! Mal den rechts und ihr! Ach komm. Ja, die sind halt zu zweit. Der andere savet. Da machst du nichts. Klar überlebt du das. Ich hätte eigentlich auch Bock gehabt, dass wir einfach nur... Der eine ist savet oben. Und dann... Ja, der andere greift an. Okay. Dann pushen wir jetzt auf den anderen. Der wartet da einfach und... Oh Mann. Ich kann gar nicht abgeben. Der wartet einfach bei uns. Kommt. Du kannst ihn aber schlagen. Ja, das bringt mir ja nichts, wenn er so nah ist und Granaten auf mich schmeißt. Warte, wir müssen... Wenn ich keine Decken habe. Ich setze sie zurück. Bleib da, bleib da, bleib da! Haben wir jetzt einen Punkt? Ne, sie haben direkt wieder die Flagge. Hä, wieso konnte ich die jetzt nicht abgeben? Hä? Willst du mich verarschen? Wie schnell geht denn das runter? Der hat direkt die Flagge wieder mitgenommen. Ja doch, ich hab den grad gekillt! Och Mann ey, das ist doch kacke. Ich hasse sowas, Mann. Wenn du eigentlich mit der Steuerung und dem Spielmodus komplett überfordert bist, dann brauchst du solche Modi gar nicht spielen, ey. Dann sind halt wieder drei. Ich hab ihre Flagge. Einer ist getarnt. Ja, das ist schon ja Zeit. Die wissen, wo die ganzen Waffen und so sind. Das ist doch kacke, ey. Ja, das ist halt normal. Wir spielen das zum zweiten Mal. Ja, aber deswegen sag ich. Ja, normaler Modus wäre halt geschickter. Ja, ja. Das ist im Spiel. Also ich hätt keinen Bock eigentlich. Ich spiel nicht so gerne auch hier Capture the Flag und aller Scheiß. Aber hey. Das ist schon cool, wenn du eingespielt bist und alles kennst, aber... Ich hab die Flagge und steh bei uns, aber... Ja, ich hab... Ich versuch die Flagge zurückzugeben. Ja, ja. Als ob. Holt die Flagge. Die haben einfach die geilen Waffen, ey. Ja komm. Flagiert das schon noch. Ja, habs. Hab sie. Gegner bei uns holt sich die Flagge. Hab sie. Hab ihn. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich hochkomm. Ich lauf hier rum wie Falschgeld, ne? Da wo du vorhin rechts rum bist. Du musst links rum, da wo du rechts rum bist. Äh, da hab ich nicht gemeint, aber okay. Leute! Wieso hab ich keinerlei Schutz? Warum ist niemand bei mir, wenn ich mit der Flagge komm? Jetzt hol sie mich! Weil ich die Web nicht kenn, verdammte Scheiße! Ich bin unter euch! Das ist nicht so schwer! Ich renn da 10 Minuten mit der Flagge rum und keiner kommt! Doch, ich war bei dir, aber ich war am Respawn grad. Was? Also mal ganz ehrlich jetzt. Ich würde gern... Ich hab jetzt 3 Stücke gekillt, jetzt Dave hol die Flagge! Das bringt halt gar nichts, wenn ich hier... Ich stirb jedes Mal! Das gibt's nicht! Ich gewinn kein Duell! Komme! Bei uns! Bei uns an der Flagge! Geht knapp! Ja, es sind wieder! Ja! Die Fläche ist offen! Aber die Flagge liegt da, die kommen zu zweit! Wenn ihr da jetzt irgendwie draufsnipert... Ja, es sind... Ja, es sind... Ja, das ist wohl eben, wenn sie die nehmen, bin ich direkt tot! Die sind bei unserer Flagge! Ja, nicht die Flagge neben! Aber weißt du, wenn die da kommen? Ja, aber das bringt ja nichts! Die spawnt ja, wenn ich die... Wenn ich da... Da ist einer ohne Schild bei uns! Ah, Gegner! Ja, der hättest schlagen können! Der war direkt bei dir! Da um die Ecke sind zwei Stück! Nice! Noch einer! Ach, das gibt's doch nicht, Mann! Nimm die Flagge! Perfekt! Ah, ich hab noch... Hinterverteidiger da unsere Flagge! Ich hab vier Kills in dem Match erst geschafft! Vier! Ich krieg nicht mehr hin, ey! Ich bin jedes Mal tot! Oh oh, die Granaten kommen reingeflogen! Ja, aber was haben die aus der Granaten? Ich weiß nicht mal, was für Granaten! Das sind... So ganz spezielle irgendwie! Unsere Flagge ist nicht da, ne? Wo ist die Flagge? Ne, die haben die! Keine Ahnung! Wird die angezeigt? Ich seh die nicht mal auf der Karte, dass die irgendwo ist! Was schießen die denn auf uns? Richtig widerlich! Ja, die werden mit unserer Flagge bei sich chillen! Ah! 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 Der ist nicht verloren! Der ist getarnt bestimmt! Ja, der war getarnt! Der hat die Flagge genommen und hat sich getarnt! Ja! Ja, die haben unsere Flagge schon wieder, ne? Ja, ich komm aber nicht hinterher! Ey, das gibt's doch nicht! Jedes 1 gegen 1 Duell verliere ich! Das gibt's doch nicht! Bring die Flagge zurück! Komm nicht mehr hin! Fuck's nicht mehr! Ach, dammit! Warte! Ja, da muss man mehr eingespielt sein! Und die Metz kennen! Die vollen brauchst du gar nicht bringen, das ist kompletter Quatsch! Ach, so schlecht waren wir nicht! Naja! Findest du, dass wir das noch nie gespielt haben? Findest du schon! Ja gut, wenn du 4 Kills gemacht hast, versteh ich das! Das ist dein subjektives eigenes Empfinden! Aber ich muss auch sagen, ich mach lieber Deathmatch als... Ja, auf jeden Fall! Ja, sowas kannst du machen, wenn du eingespielt bist und die Maps kennst! Aber auch nur 7 Abschüsse, das ist auch nicht gut! Ja, ne, also ich war komplett überfordert! Wo bin ich, wo muss ich hin, wo ist die Flagge? Und dann noch zusätzlich irgendwie anfangen Leute zu killen! Da war ich überhaupt nicht drin! Ja, total! 12 Abschüsse, Team is holding me back! Wenn's nur um die Abschüsse ging! Wir gucken mal den! Nächstes Mal gucken wir, dass wir da wieder Deathmatch gegen andere machen! Das ist um einiges lustiger als... Team is holding me back! Mach's einfach raus! Macht's gut! Tschüss! Tschüss!